Das heißt Adventkalender. Da ist kein S drinnen. Doch. Adventkalender. Hast du dich vorhin gesagt, ihr schreibt das selber mit S und sprecht das S mit? Kein Österreicher schreibt irgendwas mit das Kalender. Irgendwann. Ja, akzeptiere ich, aber Adventkalender, wir reden es ja wenigstens. Adventkalender. Acht Millionen Österreicher können nicht reagieren. Adventkalender. Da ist keine Diskussion. Ich erkeke es, 81 Millionen. What in the Shizer are you guys talking about? Adventkalender, Ryan. Adventkalender, kennst du nicht, oder was? Adventkalender. Adventkalender.